Oh, noch ein Audiolog. 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 Was ist das? Oh, noch ein Audiolog. 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 Das sind die harten Geheimnisse. Unregistrierte Haustiere. Oh, okay. Bist du bei Niki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich hab ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie... Lass mich mit ihr reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Niki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wären jetzt meine Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Niki, glaub ihm. Sein Gefahr sei nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich hab keine Geheimnisse. Ach. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so. Weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Puh. Oh. Hab ich dir weh getan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Niki übrigens auch. Hm. Hm. Warum spricht er mit einem, den er da rumgebracht hat? Es ist eine Art Beichte. Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Jungs, bitte, du versaust es. Ja, wenn man jemandem, der nicht vom Fach ist, dann versucht, sowas zu erklären. Das ist schwierig. Was ist das denn? Okay. So. So. Was auch, wenn du wirklich scheiße in Ruhe gehst? Nicht meine Schuld. Fest du dich mal aus? Verdammt! Ich will hier schlafen, ihr Penner! Ruhe da drüben! Auf Ruhe F! Okay. Das kenn ich das Gefühl. Oh, sieh mal die Hure in Apartment B. Schöne Pippen. Sehen aus wie zwei Steine in nasse Handtücher gewickelt. Oh, Apartment F. Eine Schwuchtel. Aber süß. Ich würd' ihn nehmen. Und natürlich Apartment M. Bis jetzt ein Drogendealer, hm? Ganz kaum erwarten, bis dir einer von den Junkies die Kehle aufslitzt und deine Leiche schändet. Oh, Zeit für ne neue Windel. Oh, okay. Es wär creepy, wenn die Frauen am Fenster so denken sollen. Ich kann das erklären. Vergiss es. Nein, hey. Ich meine, es ist... Vergiss es. Weißt du, ich bin nicht der Typ, der... Halt endlich die Klappe. Ich will Fernsehen. Im Ernst? Ich kann alles erklären. Ich meine echt, ich hab nur im Internet gesagt. Und mein Kumpel schickt mir diese lustige E-Mail. Ich hab nur geantwortet. Nimm deinen Scheiß und hau ab. Sofort. Ja. Diese tollen Ausreden sind immer bombig. Eins haben wir noch. Was macht der da? Was will ich hier nicht alles für Daten sammeln? Ist es denn in irgendeiner Weise wichtig, wie viel dieser Dingens kostet? Oh, guck mal. Hart. Also wenn man sich das so vorstellt, dass jeder überall überwacht werden kann, herzlichen Glückwunsch Big Brother, aber es ist schon beängstigend, kannst du nix sagen, aber ich mach jetzt trotzdem eine Aufnahme, Paul, ich hab sehr viel gespielt, ich bin nicht stecken geblieben zur Abwechslung mal. Ich bin ja fast stolz auf mich und ich schau mal, ob ich was zum Frühstück finde. In dem Sinne, bis dann, tschuuuuh. Bis dann, tschuuuuh. Bis dann, tschuuuuh. Bis dann, tschuuuuh. Bis dann, tschuuuuh.